Hallo, 25. oder 26. September. Wir starten mit der Sojabohnenernte. 2,5 Hektar haben wir schon. Die waren da hinten. Da haben wir jetzt noch 80 A, die werden wir jetzt auch schnell dreschen. Und dann bin ich schon neugierig aufs Ergebnis. Moment. So, jetzt haben wir Mokka drinnen. Interessant ist der Schotenansatz. Ja. Da ist eh nix. Ja, ist schon was drinnen. Also, er ist hoch. 10 cm. So. Wir kriegen fast alles. Der Wischmann. So, ich schau jetzt um, wo der Drescher gefahren ist. So. Da rühren wir es halt leider auch straffen. Mit diesem, ja, Subtankras. Oder keine Ahnung, was das für groß ist. Oder ist das Johnsongras? Keine Ahnung. So. Aber, da wollen wir ja nur schauen. Die Schnitthöhe. Der Wischmann eigentlich alles. Oder sehr viel. Ja. Da hängen ein paar noch drauf. Die sind umgeknickt. Hätten aber auch erwischt. Ja. Es ist heute Samstag und am Montag kommt schon wieder der Regen. Die ganze Woche Regen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir heute loslegen. Feuchte wird interessant. Wahrscheinlich sicher über 16. Aber das werden wir dann sehen. Haben wir auch ein schönes Exemplar. Mit 4 drinnen. Ja. Ich bin neugierig, was der Ertrag wird. Tschüss.